Heute kochen wir mal ein ganz rasches Gericht, und zwar saftige Trinsbackerl. Wir brauchen nur den Sous-Vide-Beutel für 5 Minuten ins heiße Wasser geben. Nach diesen ca. 5 Minuten entnehmen wir den Vakuumbeutel, schneiden ihn auf und geben das Fleisch und die Sauce in einen separaten Topf. Die Trinsbackerl werden jetzt mit der Sauce überzogen, mit Nudeln und Gemüse dann angerichtet.